hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge ls 19 sind bei projekt hier auf der schönen festbrunnen ich habe in der zwischenzeit denn die letzten reste der ballen verkauft jetzt gerade angekommen nach hause und das stelle ich den ein und dann werden wieder und da ist fällt ansehen eben hier aber zuerst werden wir konfigurieren gehen eine andere reifen der mp track hat übrigens eine neue sound update bekommen deswegen hört er sich auch so gut dann Oh, und zwar. Okay, ist das ein Pfeil hier? Es ist glaube ich der Falsche, aber egal. Hoppala, sorry. So, jetzt gehen wir das Feld ansehen und zwar Raps, das bringt er meist momentan. So, jetzt gehen wir das Feld ansehen. So, jetzt kommt es ansehen. Okay, du bist. So. 2. F-20 1. 2. 2. 2. 3. 3. 5. Okay, der macht das. Den können wir gleich reinstellen. Oh. Wollen wir mal waschen? Und ja. Wollen wir mal waschen? 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 So. Dakt da noch und dann können wir den einstellen. Und ja. Hmm. Denkst du nicht vor. So. Dann noch den Düngestreuer. Und dann, ja, können wir den Weizen verkaufen gehen. So. 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 Was machst du da? Oh, voilà. Oh, voilà. So müssen wir mal in den Striegel, dann nochmal düngen. Und ja. Oh. 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 werden wir das ausbessern ich weiß nicht was der hier macht oder weiß ich nicht das muss ich nun alles selber noch nachbessern ja so lieben meine freunde wenn es euch gefallen hat das like nicht vergessen schaut beim nächsten mal wieder vorbei hat rein und bis zum nächsten mal tschüss